Wer ernsthaft? Nein! Scheiße, Mann! So eine Dreckspisse! So eine... Aber wir brauchen auf jeden Fall mal was Starkes zum Hallen jetzt. Einmal weg hier. Ach, das gibt's doch nicht so eine Scheiße hier. Pistole raus. Ja, ich schieße... Ich schieße doch auf seinen scheißbeschissenen... Ah! Und dahinter halt noch die nächste Granate. So, da hat er auf jeden Fall ordentlich was erwischt. Und... Bam, Ski, mein Freund! Kannst gleich liegen bleiben, du... Alter Wichser! Bam! Ich hab da neulich irgend so einen Kleinfreak irgendwo gehabt. Also eine Kinderstimme schon fast. Ah! Und die Schiete. Schiete, 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 Schiete. Ganz böses Falle. Ganz böse Falle. Wer hat... Schießt da mit einem Pfeil auf uns, Mann! Ich wollte noch ein bisschen Platz keines... So, eine Blendgranate haben wir noch. Die werden wir gleich auf dem... ...denn wir schon fast einsetzen müssen. Und zwar ganz genau jetzt. Das wird einfach so eine Mission verschwenden. Es war es immer noch nicht. Es sind immer noch Gegner unterwegs. Wie viele sind denn da? Jetzt mal ernsthaft. So, okay. Ich kapier, ich kapier. So, dann schauen wir mal, wie wir den hier verschieben müssen. Wenn ich wüsste, wie wir da hinkommen. Ah, Munition. Die Temp. Die temporäre Munition ist das nämlich. Und rauf. Rauf, 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 rauf. Ja, natürlich wollen wir ihn drehen. Und zwar genau auf das Ding. Und den müssen wir jetzt nämlich dann da hinten... Ja, 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 ja. Du mich auch. Hat sich angehört wie ein Mädchen. Hört sich jetzt blöd an, aber ist so. So, wenn ich weiß, das Heilkraut... ...das haben wir auch noch da hinten liegen lassen. Oder habe ich das schon genommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wunderprächtig, wunderprächtig. Wunderprächtig. Ja, in die Lüsse. Und jetzt... Halt die Backen. Du verdammter Piraten-Ignen-Wat-Parasit. Ein Piraterer-Parasit. Mei, und die werden ja immer schlechter, die Wortspielchen. Piraterer-Parasit. Oder... ...Parasitärer-Pirat. Hm, ne, ne. Keine Ahnung. Hört sich alles scheiße an. Hm, nix, 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 nix. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier zumindest... ...wirklich mal ein bisschen aufgeräumt. Checker mal kurz und mal Heilkräuter. Nehmen wir jetzt auch mal ein bisschen mit. So, genau 30 Schuss mit der Broken haben wir. Mit der Shotgun haben wir wieder ein gutes Stück mehr. Ja, ich weiß, meine Sortiererei. Das geht euch, denke ich mal, langsam richtig derbs auf die Nüsschen. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, wir haben ja gerade schon gesehen, wohin das führt. Wenn man nicht sortiert, dann darf man nicht alles nachher, wer weiß, wie stark sortieren. Weil nämlich wieder irgendwas nicht passt. So, Ashley, wo bist du verdammtes Stück? Du Bückstück. Schweine, die. Wollen Sie mich doch tatsächlich direkt rumbringen? Können wir hier auch runterspringen? Ja. Geht drauf, Mann. Toll. Und? Warnski, mein Freund. Ein Suplex hätte mir jetzt mehr Spaß gemacht, aber... Da können wir gleich hochklicken. Dann machen wir jetzt ja gleich natürlich auch. Zumindest nach einem Blick auf unsere Karte. So, und jetzt... Ach, nicht im Ernst. Vor allem, der hat... Wenn wir nicht treffen, ja... Nein! Komm schon, Mann. Habe ich nicht die Folge? Was haben wir denn da unten? Ach, nee. Da könnten wir gucken. Und natürlich hat sie gesagt, nein, was haben wir denn da verpasst? Nein! Aber ist nicht der Fall. Da wir schließlich schon vorher dort waren. Langer, langer, langer Weg. Wie gesagt, eigentlich möchte ich nämlich lieber eine Spielpause machen. Aber... Nein! Und wieder rauf. Scheiße, Mann. War ich nicht... Ah, ich sehe nichts. Es spricht nicht, du kleiner Penner! Gleich heilen wir uns natürlich wieder. Das war jetzt. Boah, nee. Da brauche ich schon wieder etwas Dickeres. Ja, das ist doch schön hier. Was für eine Sortierung. Ach, egal, Mann. Scheiß drauf. Fitsch. Ah, okay. Jetzt sind wir da oben drüber. Ist hier irgendwas hinter den Zelten? Secrets? Nix, nix, nix. Warum haben wir den überhaupt platt gemacht? Hätten wir einfach direkt weiter rennen. Können wir einfach hier so durch, so witsch. Und rüberspringen. Und sich freuen, ob wir so weit gekommen sind. Ungesehen wieder einfach zurückgerannt. Da, da leuchtet der Watt. Ein Suchscheinwerfer ist wieder hier eben. Da. Aber da hat doch gerade jemand grün gemotzt. Wenn ich wüsste, ob ich den treffe oder... Ah, machen wir anders. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Schlitz, 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 schlitz. Ach komm, leck mich doch. Ich hasse sowas. Was soll das denn? Ich schlitz da nicht umsonst extra auf die Beine. Ah. Wie siehst du überhaupt aus, mein Freund? Schämst dich wohl echt für nix. Und wieder auf die Beine. So, den können wir zwischentun. Der ist Punisher. Wir punischen dich, mein Freund. Wir punischen dich im Rückenmark. Schade, er lässt nix nehmen. Ja, aber das nervt mich jetzt. Ich hab doch jetzt gerade extra auf den Suchscheinwerfer geschossen. Damit er mich jetzt halt nicht besuchen kann, ne? Deswegen zeigt er mir hier wohl auch nix an. Wohin rennte der denn jetzt? Von wo? Ah. Da hab ich gerade zuerst gar nicht gesehen. Komm, dann kommt die jetzt mal ein bisschen zum Einsatz. What? So. Aber da waren noch mehr. Da waren definitiv mehr. Oh, okay. Sag mal ein, ob wir hier drum rumrennen können. Ähm, ja. Kann mal der Hinterkopf noch kommen? Okay, wohl schon. Dafür müssen wir... Ah, 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 ah. Okay, einmal so rumrennen. Ich nehme mal kurz wieder die Pistole, die Punisher. So, rum nehme ich jetzt hier nach rechts. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wunderbar. Da. Schatz. Mein Schatz. Sehr süß. Ein Goldluchs. Ja. Da freue ich mich drüber. Ich mag nämlich Katzen, wie ihr wahrscheinlich schon links wisst. Und so ein Luchs ist einfach nur eine größere Katze. Und zwar keine Großkatze wie so ein Löwe, Tiger und so weiter. Aber eine größere Katze. Dreck mal kombinieren, denn Mist hier. Hm, hm. Was ist das denn? Wie kommen wir da her? Ja, da kommen wir her. So, und jetzt... Ah, ich sehe da nichts in der Ferne. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Ich weiß, ihr habt nicht jetzt alle schön gesehen. Ho, ho. Alter, Wichser, du... Ich hab's gesehen. Oh, das war aber knapp. Nein. Alter Wichser. Ich sage heute viel, du alter Wichser. Schon mal aufgefallen? Toll. Schade. Ich hab' kauf' den Treffen ja so. Na. Ah, verdammt. Ja. So, schön, schön. Schön, schön sowas. Jetzt einmal kurz schon her. Ich hab' das Explodieren hören. Links rum, rechts rum. Also rechts rum ist da oben die Tür verschlossen. Also ich denke mal, da kommen wir... Ich glaube, der richtige Weg ist auf jeden Fall links. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen mutiger an die Sache rangehen. Weil sonst hängen wir hier noch die Stunde rum. Ja, vermute ich wieder zu feigen Distanzschüssen. Na, komm schon. Geh doch mal. Drauf. Na, verdammt. Ich hab' gehofft, aber mach' die versuchten Tritzen. Bamski. Sehr schön. Na, toll. Müsste ich nachhören. Bamski. Sheetal. Ho, 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 ho. Also jetzt wollt ihr es aber wissen, ne? Komm, scheiß drauf. Glint heraus. Das ist weg mit dem Arsch. Das hat man hinten. Ach, nö. Hätte man mir nicht eher sagen können, ja, hallo, ich seh dich da. Ich weiß, ich weiß. Kriegst du jetzt noch einen? Nein. Boah, der hat Dynamite in der Hand. Lass mich durch, lass durch. Noch Platz hier. Genau deswegen. Aber jetzt mal ohne Scheiß kommen da unendlich viele. Ich hab' gedacht, die ist verschlossen. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich wieder zurück erstmal den anderen Weg hier gehen. So. Super, nix. Walte jetzt erstmal ein paar Sekunden mal die Schrotflinte in der Flosse. Da war doch der andere Weg. Der Rest. Kurioserweise habe ich mich nicht erschreckt dabei. Normalerweise hänge ich ja sofort zu. Aber in dem Fall jetzt mal nicht ausnahmsweise. Naja. Na gut. Na gut, also gelohnt hat sich's natürlich dennoch. Da haben wir schließlich ein grünes Kräucheligium gekriegt haben dafür. So, und jetzt kommen wir endlich wieder zum Händler. Aber jetzt ist die Frage, können die jetzt nicht auf Feinde kommen? Sollte man auch zumindest annehmen. Ja. Da, ich hab doch jetzt schon grad den Feind gehört. Blacktail, die Killer7, eine durchschlagende 45er-Mark nur mit geringem Rückstoß. Könnten wir nehmen, nehmen wir aber nicht. Wir haben jetzt die Broken Butterfly. Die wird einfach nur gut hochgepimpt und fertig sind wir damit. Nix Neues. Was hast du denn hier aktualisiert? Punisher? Hm. Ja, mein Freund. Das ist Old Stranger. Hm. Genau, jetzt will ich noch kurz gucken, was die Krone denn wert ist. Unsere Superkrone. Krone der Familie Salazar. 48.000. Ah. Ja. Kauf das. The Gold Lux. Mit drei Löchern. Ah, tut mir leid. Ach, Gold Lux. Wo willst du denn? Kombinieren. Einfach mit allem kombinieren, was wir hier haben. Schade. Schade, schade. Come back any time. Ja. Das ist doch echt lächerlich, dass da hinten jetzt noch Gegner rumstehen. Und hier greift uns aber keiner an, ne? Nö. Ich möchte mich nicht speichern und hier noch eine Horde Gegner vor mir haben. Ist doch jetzt lächerlich. Keine Granaten mehr, sondern Schiete. Einfach mal gerade durch, damit es gar nicht mehr wäre. Komm her. Nicht. Ah. Wir haben immer noch diese Musik. Wir haben auch immer noch Gegner. Da, von hinten. Unglaublich. Unglaublich. Dieses Arschloch. Was hast du vor? So, komm. Wir müssen die Dynamitstange. Die Dynamitstange. Ich treffe diese Scheißstange nicht. Oh Mann. So. Endlich hat die Musik aufgehört. Das bedeutet, jetzt können wir in Ruhe speichern. Ich hoffe, es hat natürlich bis hierhin jede Menge Spaß. Sind schließlich immerhin schon, na, wie viele Stunden dabei? 9 Stunden 47 Minuten. Und bis zum nächsten Mal. Oder ist da noch diese Folge? Ich mache die Folge einfach ein bisschen... Da muss ich schauen. Ich weiß es nicht. Entweder bis gleich oder bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.